Jetzt seht ihr nur unsere Füße und Beine. Es gibt doch böse Menschen, die wollen tatsächlich treten. Und zwar am liebsten gegen Schienbeine. Wer da nicht vom Fußball solche Schienbeinschonern hat, also ich finde sie gut. Schienbeinschonern macht sich immer gut. Schöner Schutz. Ja, was ist, wenn wirklich einer sagt, weil Schienbeine nicht weh, gegen Schienbeine treten, was tun? Ich stoppe einfach. Ich stoppe einfach. Das ist eine Technik aus dem Wing Chun. Das ist eigentlich auch eine Technik, die ich ausübe, aber hier wäre es ein Schutz für mich. Ich stoppe einfach einen Fritt. Und das tut nicht mehr als der Weg. Nein. Mir nicht. Ich kann aber auch, wenn du jetzt zum Beispiel in meinem Urfühlbereich kommst. Also zu nah. Zu nah. Jetzt ist er schon in meinem Urfühlbereich. Das möchte ich nicht. Das ist einfach nicht schön. Wenn er jetzt kommt, habe ich den Stopptritt natürlich auch. Und dann mache ich den gegen das Knie. Und stoppe ihn. Wenn er schneller läuft, und so besser. Jetzt tue ich mir doch jetzt ständig schnell laufen. Ja, das möchte ich ausbringen. Sie knackt. Alles klar. Danke.